In diesem Video zeige ich euch, was Kommentare in der Programmierung sind und wozu man die braucht und ich gebe euch eine erste Zusammenfassung von all den Sachen, die ihr bis hierhin in dieser Videoserie gelernt habt. Wenn ihr die Konsole in eurem Browser öffnet und dort zwei Schrägstriche reinschreibt und hinter den Schrägstrichen irgendwas schreibt und dann Enter drückt, um das auszuführen, dann gibt es keinen Fehler, sondern es steht einfach undefined. Ihr könnt zwei Schrägstriche schreiben und dahinter alles, was ihr wollt, das ist völlig egal, wenn ihr Enter drückt, passiert nichts. Was ihr hier geschrieben habt, ist nämlich ein Kommentar. Und ein Kommentar im Code ist Code, der nicht ausgeführt wird. Egal, was in Kommentaren steht, es wird ignoriert. Nur dann ist die Frage, warum sollte man dann überhaupt so einen Kommentar schreiben? Warum sollte man Code schreiben, der gar nichts macht? Die Sache ist, wenn ihr sehr viel Code schreibt, wenn ihr nicht nur Code Schnipsel schreibt, sondern richtige Programme, richtig Software, dann ist es tatsächlich schwierig, sich durch den Code, den man mal geschrieben hat, nochmal wieder durchzufinden. Und für diesen Fall empfiehlt es sich, hinzuzuschreiben, was der Code eigentlich macht. Hier sieht man jetzt Code ohne Kommentare und hier derselbe Code mit Kommentaren. Hier steht dann zum Beispiel, was diese Funktion hier macht. Also, die Funktion heißt createCache, also erstelle einen Zwischenspeicher und hier steht, dass die Funktion ein keyValueCache, ein Schlüsselwert Zwischenspeicher einer limitierten Größe macht und hier steht dann auch, was die Funktion zurückgibt, was der Rückgabewert dieser Funktion ist und hier ist dann innerhalb der Funktion nochmal erklärt, was hier verschiedene Teile des Codes machen. Aber keine Sorge übrigens, ihr müsst den Code, der hier steht, natürlich noch nicht verstehen, wir hatten auch noch gar nicht Funktionen und alles, das kommt erst später. Um einen Kommentar zu schreiben, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine kennt ihr schon, das ist das, was da schon steht. Ihr nehmt zwei Schrägstriche und könnt dahinter euren Kommentar schreiben. Die Sache ist, dass dieser Kommentar nur eine Zeile lang sein darf. Wenn ich zum Beispiel eine neue Zeile mache und dort meinen Kommentar weiter schreiben möchte und dann Enter drücke, dann gibt es einen Fehler, denn die Zeile darunter gehört nicht mehr zum Kommentar. Was ich machen könnte, wäre, dass ich diese zweite Zeile auch zu einem Kommentar mache, indem ich auch da zwei Schrägstriche am Zeilenanfang schreibe. Übrigens müssen diese zwei Schrägstriche aber nicht am Zeilenanfang stehen, ihr könnt zum Beispiel auch eine Variable erstellen und dahinter schreibt ihr dann, was diese Variable zu bedeuten hat. Der Kommentar geht nämlich von den zwei Schrägstrichen bis zum Ende der Zeile. Wenn ihr einen Kommentar schreiben wollt, der über mehrere Zeilen geht, dann schreibt ihr wieder einen Schrägstrich, aber dahinter keinen zweiten Schrägstrich, sondern diesen Stern, den man auch beim Multiplizieren verwendet. Dahinter könnt ihr dann mehrere Zeilen schreiben, also ich mach mal hier eins, zwei, drei, vier Zeilen und dahinter schreibt ihr dann nochmal einen Asterisk und dahinter wieder einen Schrägstrich, also so wie am Anfang nur in der umgedrehten Reihenfolge, um kenntlich zu machen, dass der Kommentar hier zu Ende ist. Ihr müsst das übrigens nicht in denselben Zeilen haben wie den Text, der dazwischen steht, ihr könnt auch das da drüber haben, in der Zeile da drüber und da drunter. Das sind also Kommentare in JavaScript. Sie sind sehr nützlich, wenn man halt, wie gesagt, sehr viel Code schreibt und das werden wir demnächst tun, denn im nächsten Video geht es ums Funktionenschreiben und ab da wird es nochmal richtig spannend, allerdings auch ziemlich komplex und deswegen gibt es jetzt hier nochmal eine Kurzzusammenfassung der bisherigen zwölf Videos, die ihr in dieser Videoserie bisher gesehen habt. Im ersten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr die Konsole in eurem Browser öffnet und ihr habt eure erste eigene Ausgabe erstellt. Im zweiten Video ging es um Strings, da habe ich euch gezeigt, dass ihr mit der Pfeil nach oben Taste die letzte Eingabe in der Konsole wiederbekommt und ich habe euch erklärt, dass Strings Zeichenketten sind, um Wörter und Text zu schreiben. Um ein String zu erstellen, nehmt ihr doppelte oder einfache Anführungszeichen und könnt zwischen denen völlig beliebige Zeichen schreiben. Wenn die Bedeutung eines Zeichens ignoriert werden soll, zum Beispiel wenn ihr in dem String noch ein weiteres Anführungszeichen habt, aber das soll noch nicht sagen, dass der String an der Stelle zu Ende ist, dann schreibt ihr einen Backslash davor, um es zu escapen, so heißt das. Im dritten Video ging es um Zahlen. Zahlen schreibt man wie überall sonst auch, wie im Taschenrechner und sonst wo und ich habe euch gesagt, dass es in JavaScript keine Rolle spielt, wie viele Leerzeichen oder Leerzeilen ihr zwischen dem Code habt, das ist egal. Um Kommazahlen zu schreiben, benutzt ihr einen Punkt, für negative Zahlen schreibt ihr ein Minus vor die Zahl. Klammern setzt man um das, was zusammengefasst werden soll und zuerst verarbeitet werden soll. Das gilt für Zahlen, aber auch für alles andere in JavaScript. Computer können keine beliebig hohen Zahlen verarbeiten. Deswegen gibt es in JavaScript eine größte und eine kleinste Zahl, die aber groß genug sind oder beziehungsweise klein genug sind, dass sie euch in der regulären Arbeit eigentlich kaum eingrenzen. Es gibt auch eine Exponentialschreibweise in JavaScript, für extrem große oder extrem kleine Zahlen, aber auch die braucht man eher selten. Will man noch höher hinaus, kann man mit Unendlichkeiten rechnen, indem man Infinity und Minus Infinity schreibt. Im vierten Video ging es darum, wie man Werte miteinander vergleicht. Vergleichsoperatoren sind, als ob man dem Computer eine Frage stellt und der Computer antwortet mit Ja oder Nein im Sinne von true oder false. Da habe ich euch auch gesagt, dass es verschiedene Datentypen gibt. Strings und Numbers hatten wir bereits und dieses true und false sind der dritte Datentyp, den ich euch vorgestellt habe, nämlich das sind boolsche Werte, im Englischen boolean. Es gibt acht verschiedene Vergleichsoperatoren, die man eventuell noch aus der eigenen Schulzeit kennt. Kleiner als, größer als, kleiner oder gleich, größer oder gleich und zwei verschiedene Möglichkeiten zu testen, ob Werte gleich sind oder ungleich sind. Vergleicht man zwei Werte mit zwei Gleichzeichen, wird der Datentyp der Werte ignoriert. Bei drei Gleichzeichen wird er berücksichtigt, dasselbe mit ungleich, wobei ein Ausrufezeichen und ein beziehungsweise dann zwei Gleichheitszeichen verwendet werden. Im fünften Video ging es um Variablen. Variablen sind Stellvertreter für bestimmte Werte. Eine Variable wird geschrieben, indem das Schlüsselwort var verwendet wird. Danach ein beliebiger Name, gefolgt von einem Gleichheitszeichen und dann dem Wert. Am Ende wird ein Semikolon geschrieben, das man in JavaScript aber nicht zwangsläufig setzen muss, weswegen ich das hier in diesen Videos auch regelmäßig vergesse zu setzen. Bei der Wertzuweisung von Variablen wird zuerst die rechte Seite der Zuweisung ausgeführt, um zu errechnen, welcher Wert der Variable zugeordnet werden soll. Will man eine Variable verändern auf Basis ihres aktuellen Werts, kann man die Operatoren plusgleich, minusgleich, malgleich und durchgleich verwenden. Die Inkrement- und Dekrement-Operatoren, plusplus und minusminus, erhöhen eine Variable um eins beziehungsweise ziehen eins von ihrem Wert ab. Wird eine Variable erstellt, wird sie zuerst deklariert und anschließend definiert. Wenn man sie nicht definiert, ist sie undefiniert, im Englischen undefined, was der vierte Datentyp ist, den ich euch vorgestellt habe. Im sechsten Video habt ihr mit der Funktion alert euer erstes eigenes Dialogfenster erstellt. Um eine Funktion aufzurufen, schreibt ihr den Namen der Funktion, danach eine runde Klammer auf und eine runde Klammer zu und je nach Funktion können zwischen diesen Klammern Parameter stehen, die durch Kommas getrennt sind. Die Parameter heißen Argumente, Arguments. Mit der Funktion prompt habt ihr euer erstes eigenes Eingabefenster erstellt. Das, was in das Eingabefenster geschrieben wird, kommt von der Funktion wieder zurück. Das ist der sogenannte Rückgabewert der Funktion. Wenn man diesen Rückgabewert weiterverarbeiten will, sollte man ihn sich irgendwo speichern, zum Beispiel in einer Variablen. Ich habe bisher auch noch keine andere Möglichkeit euch gezeigt, von daher kennt ihr nur Variablen als einzige Möglichkeit, um irgendwas zwischenzuspeichern. Und darum ging es im sechsten Video. Möchte man zwei Strings miteinander verknüpfen, muss man in JavaScript ein Plus dazwischen schreiben. Dasselbe funktioniert auch, wenn man einen String mit einer Zahl verknüpft. Und das kann man sich zunutze machen, wenn man eine Zahl in einen String umwandeln möchte. Um zu erfahren, wie viele Zeichen in einem String sind, muss man hinter den String einen Punkt und dahinter length schreiben, was Englisch für Länge ist. Dasselbe gilt natürlich auch bei Variablen, denen ein String zugeordnet ist. Um das Zeichen an einer bestimmten Stelle eines Strings auszulesen, werden eckige Klammern hinter den String geschrieben und dort kommt dann die Stelle rein, die man auslesen möchte. Wichtig dabei zu wissen ist, dass man bei Null beginnt zu zählen. Das gilt übrigens für so ziemlich die gesamte Informatik, d.h. das erste Zeichen ist also an der Stelle Null. Der Plusgleich-Operator funktioniert auch für Strings, weil das Plus ja bei Strings eine Bedeutung hat, nämlich um Strings zu verknüpfen. Im achten Video habe ich euch gezeigt, dass alles beim Computer und im Grunde alles in der Programmierung dem Eva-Prinzip entspricht. Es gibt eine Eingabe, die Daten dieser Eingabe werden verarbeitet und heraus kommt die Ausgabe der EVA. Wir haben das, was ich euch in den letzten Videos gezeigt habe, noch einmal geübt und haben festgestellt, dass man Zahlen, die in Strings stehen, nicht addieren kann, weil man ansonsten bloß die Strings zusammenfügt. Stattdessen muss man diese Zahlen mit der Funktion parseInt oder parseFloat erst in echte Zahlenwerte umwandeln, damit sie nicht mehr als Aneinanderreihung von Zeichen gesehen werden. Im neunten Video habt ihr if-else kennengelernt. Das ist eine Kontrollstruktur, um bestimmten Code nur dann auszuführen, wenn eine entsprechende Bedingung wahr ist. Zuerst schreibt man if dahinter in runden Klammern die Bedingung, die true oder false ergeben muss, und dahinter kommt die Anweisung. Wenn man mehr als eine Anweisung hat, muss man die Anweisung in geschweifte Klammern schreiben. Es empfiehlt sich aber generell, diese geschweiften Klammern zu setzen, auch wenn man nur eine Anweisung hat, einfach um Konsistenz zu haben, damit das durchgängig ist. Soll auch Code ausgeführt werden, wenn die Bedingung nicht zutrifft, kann man einen else-Teil erstellen, einen ansonsten Teil. Auch hier braucht man keinen geschweiften Klammern zu setzen, wenn man nur eine Anweisung ausführen will, es empfiehlt sich aber trotzdem. Zwischen den geschweiften Klammern kann jeder beliebige JavaScript-Code stehen, d.h. es können auch weitere if-else Konstrukte darin stehen. Um mehrere Bedingungen abzugehen, kann man hinter ein else auch direkt das nächste if schreiben, sodass man ein else-if hat. Anschließend haben wir mit den Mitteln, die ich euch bis dahin beigebracht habe, einen Weg gefunden, herauszufinden, ob eine Zahl gerade ist oder ungerade. Allerdings war das ein extrem komplizierter Weg und vielleicht habt ihr auch einen anderen Weg herausgefunden, vielleicht einen einfacheren Weg. Wenn ihr gar keinen Weg gefunden habt, als ihr die Übung gemacht habt, ist das auch nicht schlimm, euch fehlt einfach die Übung. Im zehnten Video haben wir dann einen viel einfacheren Weg kennengelernt, um herauszufinden, ob eine Zahl gerade oder ungerade ist, nämlich Modulo. Der Modulo-Operator ist in JavaScript ein Prozentzeichen. Mit dem bekommt man den Rest einer Division heraus, wie er herauskommen würde, wenn man Dividieren mit Rest macht. Und das ist praktisch, um zu erfahren, ob eine Zahl durch eine andere teilbar ist, da dabei dann immer Null rauskommt, weil da kein Rest bei der Division ist. In JavaScript gibt es nicht nur true und false, es gibt auch truthy und falsy Werte und um die ging es im elften Video. Alle Werte in JavaScript, egal ob Zahlen oder Strings oder sonst irgendwas, entsprechen auch Boolean-Werten. Leere Strings gelten als false, Null und der Wert not a number gilt als false und undefined gilt als false, alles andere gilt als true. Das muss man wissen, damit es nicht zu Fehlern kommt. Nutzt man beispielsweise hallo modulo 2 in einer f-Bedingung, wird der Code aus dem else-Teil ausgeführt. Um zu überprüfen, ob ein Wert keine Zahl ist, gibt es die Funktion is-na-n, is-not-a-number. Die gibt true zurück, wenn der übergebene Parameter keine Zahl ist. Wenn es Nutzereingaben gibt, sollte man generell überprüfen, ob sie dem gewünschten Typ entsprechen, den man haben will. Wenn der Nutzer zum Beispiel eine Zahl eingeben soll, sollte man zuerst überprüfen, ob er das auch tatsächlich getan hat, bevor man dann seine Eingabe weiterverarbeitet. Wenn man mehrere Bedingungen miteinander verknüpfen will, gibt es dafür logische Verknüpfungen. Und darum ging es im zwölften und letzten Video. Es gibt drei verschiedene Arten, UND, ODER und NICHT. Soll etwas nur ausgeführt werden, wenn beide Bedingungen zutreffen, braucht man die UND-Verknüpfung, die in JavaScript zwei UND-Zeichen sind. Soll etwas ausgeführt werden, wenn die eine oder die andere Bedingungen zutrifft, oder beide, braucht man die ODER-Verknüpfung, die in JavaScript mit zwei senkrechten Strichen dargestellt wird. Die senkrechten Striche werden auf Windows-Tastaturen erzeugt durch drücken der Tasten ALT-GRAPH und der Taste mit den eckigen Klammern, auf MAC-Tastaturen drückt man dazu die ALT-Taste und 7. Soll etwas ausgeführt werden, wann immer die Bedingung NICHT zutrifft, muss man die Bedingung negieren, was man macht, indem man ein Ausrufezeichen davor schreibt. Und das ist nämlich praktisch, um TRUTHY- und FALSY-Werte zu echten BOOLSSCHEN-Werten zu machen. Wenn ein Wert zum Beispiel FALSY ist, negiert man ihn zu TRUE und hat dadurch einen echten BOOLSSCHEN-Wert. Jetzt habt ihr also nochmal einen Überblick über all das, was ihr bereits hier gelernt habt. Im nächsten Video geht es dann, wie bereits gesagt, darum, eigene Funktionen zu schreiben. Um das Video zu sehen, klickt hier in das große Feld in die Mitte oder, wenn ihr dieses Video in einer Playlist seht, zum Beispiel auf css3html5.de, bleibt einfach dran!